. . . . . . . So, kein Präsident, absoluter Weg. Der ist ein Gefühl jetzt, oder? Wahnsinn! Also, meine Lieber, ich glaube, die Julia hat uns schwer dabei ausfallen, das ist ja unglaublich. Fazit, es ist ein Wahnsinn, Heimrally, natürlich jetzt voll auch in den Vorbereitungen integriert gewesen. Wie ist das in den letzten Tagen gegangen? In den letzten Tagen eigentlich fuhr, die letzten Monate, die waren sehr unstrengend, warum Vorstellerpredigt zu arbeiten, war aber sehr, sehr interessant und jetzt freut mich natürlich auch ein Rally. Das ist ein Wahnsinnsauto und er will sich noch richtig fliegen. So, nach Italien, ganz kurzer Ausschluss, Rio! So, nach Italien. Oh, mein Gott! Das sind Windreifen, meine Herren und Damen, deswegen ihr schleudert das Ding da. Patrick und Julia mit Höchstarbeit, Hinterblicken, das ist ja Wahnsinn! Oh, mein Gott! So, an dem Braustier. Patrick und Julia Horecker, jetzt passen die Räder auch hier. Kurzabschlag in Nauer. Wo sind die Hände? Schau. Füge, Alter! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020